Okay, willkommen zu Niautamata zurück. So, bevor ich zu den ganzen Endings komme, die ich machen will, will ich unbedingt noch zur Zeit von Emil machen. Ich kann es ja nicht, ich mache es für ein Ending. Das will ich jetzt nicht ausschließen. So, erstmal ist der Typ hier oben da. Jawoll. So, wir haben 250.000. Okay, wir wollen investieren. Wir machen erstmal das zu Ende. Äh, habe ich genug investiert? Ich habe jetzt alle Texte gedrückt. Die größte Erfinder dieser und aller Generation. Zumindest hätte ich das so sein sollen. Leider habe ich das versagt. Es sollte ein Startrahmen werden, mit dem man ein Racken zum Mond schicken kann. Doch obwohl das gestartige Fährt bis in die Tiefe des Eisbordrang, erreicht das den Mond leider nicht. Stattdessen landet er auf dem Mars. Okay, wer hat das denn geschafft? Das ist so verdammt frustrierend. Immerhin brauche ich, bitte ich, der Weltgrößte Genie. Nie zuvor müsst ihr euch erfahren, wie bitter ein Niedler geschmeckt. Okay. Dann muss ich alles verloren. Ich verkaufe mir gerne Material, die Rakete von den Roten und Ödenkneiden gebraucht hat. Nee, Maske. So, kann man jetzt auch mit Riten so einen Scheiß kaufen? Ja, habe ich so viel Geld angesammelt. Und ich war eigentlich fertig. 100.000 muss man investieren. Jetzt wissen wir das auch. Gut. Im nächsten Step versuche ich jetzt, die Emil-Mission zu twiggern. Ich habe mich doch mal reingelesen. So, man muss ihn erstmal anhalten, ihn anlabern. Und dann müsste er, wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Einkaufszentrum da sein. Also müsste dort eine Blume sein zum anlabern. Probieren wir das einfach mal aus. Ich weiß nicht, wie ich es damals bei mir getriggert habe. Ich habe halt eine Nebensinnung gemacht. Da hat man automatisch irgendwie alles mal angelabert. Gut, das ist nur nach dem Emil, würde ich sagen. Ach, jetzt kommt hier noch ein anderes gelabert. 2B hier. Das Monitoring-Signal aus dem neuen Access-Punkt ist silent. Ich schreibe dir die positionalte Daten. Bitte unterscheiden das Site, so schnell wie möglich. Entstanden. Okay. Ich habe mich angenommen. So, wir haben ihn irgendwie angehalten. Da steht er schon. So, jetzt muss ich ja mal quatschen, ne? Aber, oh, oh, wir haben uns doch erst neulich getroffen. Entschuldige, dass ich vor Schreck weggegangen bin. Mein Name ist Emil und wie man sieht, habe ich hier meinen Job. Vielleicht ist da etwas für euch dabei. Ähm, ne. Absolut nicht. Ich will, du möchtest wissen, wo ich lebe. Danach habe ich mich gefragt. Nun, ich lebe tief im Untergrund. Ich stelle etwas tiefes vor und dann noch tiefer. Du kannst mich gerne in der Zeit besuchen. Das werden wir auf jeden Fall noch tun. Wollen wir schon noch 136.000 Geld? Habe ich schon noch 1.000 hier nochmal gegeben? Okay, ich brauche noch 200.000 die Stadtrampe. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Es ist mehr Geld, als ich je brauche. Okay. Dann laufen wir jetzt mal dort rein. In den Einkaufszentrum. Ich bin ja für alles gnadenlos überlevelt. Was sehr schön ist an einem Punkt, ne? Ich meine, das macht die Kämpfe jetzt nicht mehr spannend. Aber wir sind jetzt auch nicht immer die für die Kämpfe hier. Wobei, ich werde jetzt eh nicht mehr viel kämpfen. So, das habe ich mir nachgedacht. Ich meine, ich würde eigentlich das 1.990er viel noch triggern. Okay, die machen wir noch fertig. So schnell kann das gehen, ne? In der ersten Folge bin ich an den gestorben. Das war die zweite Folge. In der ersten habe ich das Totale gespielt. Auch schwer. Aber das war auch schwer. Okay. So, dieses Gespräch hat man schon nochmal. Wo war hier die Monddrehen? Ja gut, alle Kisten nicht eh nie öffnen. Ich könnte dir, ich weiß nicht, ein T-Shirt vielleicht? Something, das gut an dich sieht. So, irgendwo hier muss doch eine Monddrehen sein. Hm, wenn dieser Tag kommt, bin ich alle für das. Das ist eine Verwaltung, richtig? Ja. Ich weiß, ich hingegen, wo genau. Operator 6.0 zu 2.B. Es ist Zeit für deinen regelmäßig schedulten Kontakt. Das ist 2.B., nichts zu verabschieden. Listen, 2.B., ich warst die Bilder von heute, und... Flowers? Ja. Es gab nicht viel in den Bunker-Bunkern, aber ich habe einen gefunden, der ein Lunar-Tier. Ich hoffe, dass du sehr schön bist, wenn du eine von diesen in deinem Haar bist, 2.B. Es wäre für deine Styligen-Geräusche. Nichts. Oh, nicht ein Stik in den Wald. Was für eine Frau nicht so gut ist, wenn ich etwas anderes finde, okay? Okay, ich muss nicht darüber hören. Operator 6.0 aus! Halt, hier hinten ist sie. Okay, wir haben eine Mutter in den Foten. Wie eine große Bore, wieder und wieder? Oder eine andere, wo ich immer wieder versuchen, neue Sachen, jedes Mal mein Körper ist verabschied. Das klingt schwer. Eine Sache über diese Blumen, ich mich mit einer Emotion, ich wirklich nicht verstehe. Es ist wie, dass etwas auf meine Schmerzen, wirklich hart ist. Also, ähm, soll ich dich ein favorieren? Wenn du die Lunar-Tehrs wundernst, würde ich mich wissen? Ich will versuchen, und herauszufinden, was dieses Gefühl ist alles. Was sagst du? Oh, danke. Wenn du einen anderen Lunar-Tehrs findest, lass mich einfach an dieser Frequenz wissen, okay? Ich bin auf dich. Das nächste wird in der Wüste sein. Ich gucke nach. Oh, ist die Munddrehen rot markiert? Das wird es für mich sehr viel einfacher machen. Warum wir das mal verbinden mit dem Netzwerk? Das nervt gerade ein bisschen. Ich bin auf dich... Du wirst doch nicht unterhalten. In der Kahn? In der Kahn. In der Kahn. Okay. In der Kahn. Und die Kahn. In der Kahn. Das ist eine Lunar-Tier, oder? Wir lassen uns ein Essen wissen. Hey Leute, was ist passiert? Wir haben eine Lunar-Tier gefunden. Es ist in... Bleib da! Ich komme! Äh, okay. Ich hoffe, dass er mich nicht erwartet hat, dass ich hier jeden Tag stand. Sorry to keep you! Oh hey, now that I think about it, this whole area was once... Are you remembering something? It's all pretty fuzzy, but I seem to have a memory of caring for this flower a long time ago. But the sand kept expanding, and the flowers gradually wilted. Now that I think about it, that was around the same time I stopped seeing people. You mean humans? Thanks a bunch for finding this, really. Oh, and let me know if you find any more, okay? Okay? I'm gonna... Stay here for a bit. Hm. Okay. Das hat man... Wenn die alle so markiert sind, gehts ja schnell. So, im Vergnügungspark ist noch was, und in der Wüste ist noch was? Wir können zum Vergnügungspark, wollte ich sagen, oder? Vergnügungspark, da unten noch... Jo. Es ist eine Lunar-Tierre. Ich hätte es besser erzählen, Emil. Hey da, was ist passiert? Ich habe eine von diesen Blumen gefunden. Es ist über die... Nicht einen Insch, ich komme! Nicht move? Ich bin eigentlich ziemlich beschäftigt. Entschuldigung, dass ich dich behaupte. Verdammt, du bist schnell. Das ist es. Ich erinnere mich jetzt. Nachdem die Allianz zuerst invadierten, habe ich so schwer wie ich konnte, um die Erde zu retten. Du hast es? Ich denke, ich hatte etwas, was ich wollte, um sich zu retten. Etwas, das wirklich wertvolle für mich. Aber ich weiß nicht, was es war. Danke, dass du das findest. Du lässt mir wissen, ob du noch mehr findest, richtig? Ich werde hier noch ein bisschen bleiben. Ich meine, der Leipter lebt jetzt schon seit ungefähr 9000 Jahren. Und der hat die Aliens bekämpft. So. Was ich übrigens meinte hier mit dieser Startrappe, man sieht sie selbst von hier. Und sie geht sehr weit. Das ist nicht, was ich immer nicht machen. So, hier ist die Montrena. Die kannst du aber vorher schon finden, oder? Hey da, was ist denn? Ich habe eine Lunar... Ich bin auf meinem Weg. Hey! Sorry to keep you! As speedy as always, I see. Oh, oh. Das ist richtig. Was ist hier, Emil? Ich war die Aliens. Es war nicht gut. Also habe ich versucht, zu kreieren verschiedene Versionen von mir zu helfen, um mit der Kampf zu helfen. Aber die Aliens einfach kam. Ich habe so viele Freunde, der Tag. Es war ein lange Zeit, aber immer noch. Emil. Sag Emil. Wie alt bist du denn? Ich bin nicht sicher. Ich brauchte keine Erinnerung, um zu kämpfen. Danke, dass du das gefunden hast. Du lässt mich wissen, ob du es noch mehr findest, oder? Ich bin nicht sicher. Ich werde hier ein bisschen bleiben. Du lebst sehr lange. So, wir machen noch in die Wüste. Dann haben wir alles zusammen. Ist doch wunderbar. so bevor wir weitermachen muss ich streng noch mein auszusehen verbessern aber wie doch mal da haben wir jetzt genug aber dafür reicht es nicht mehr ach verdammt ja gut ja was mal eins weiter das war noch wirklich wichtig gut jetzt aber auf der wüste okay es war ein langer weg den ich echt vergessen hatte aber ich habe es geschafft alle rümen Ah, der Schlüssel hat halt den Aufzug Entschuldigung, ich muss hier eine Zeit bleiben. Du gehst weiter Das muss dafür sein, was Emils Schlüssel ist Kann man auf den Knopf drücken und nach unten fahren So, gehen wir an einen wichtigen Ort Auch wieder bekannt aus den ersten Nier-Teilen Ist natürlich weniger cool, wenn man den nicht kennt, aber wenn man den nicht kennt, ist das schon irgendwie cool Alles soll mit Mut drehen Wow, look at all the lunar tears Where are we? Thank you for coming Emil, what is this place? It's the place from my memories that I worked so hard to protect Or to be exact The place protected by the person I used to be Uh, sorry I don't get it A long time ago, I was created to be a weapon A weapon that could adapt to any environment And one capable of total destruction You're a weapon? You're a weapon? You're a weapon? When the war against the aliens started I decided to strengthen that weapon by creating copies of myself Interesting So, in truth, I'm only one of a countless number of Emils I, or we, I guess, worked with each other to keep our defensive lines intact But the more of ourselves we created, the more our original memories began to fade The original Emil liked this place a lot He spent a lot of time here with people he loved They were tough times Sad times But the memories of that journey were his greatest treasure And I have a few traces of those memories in my own mind Where's the original Emil now? I don't know There were so many of us that after a while, we just... Oh And there's still something that all of us Emils need to settle Hmm? Oh, right I should probably repay you for all of your help Please take this Okay, I'm not trying to hold It's said that a lunar tear can make any wish come true Thank you Oh, no I'm the one who should be thanking you You've helped me find some of my precious memories Now I'll be able to keep pushing forward Even if I'm alone I'm not trying to hold you That's not a new No No I'm not trying to lock down Mm-hmm Well, yeah We've had to make any sense To make any sense That's not a new A new I can't even hack Here's no more Oh, the gold The gold The gold The gold The gold Can't take a new Kann ich die Monddrehen aus, was hier in den Haaren steckt? Ich muss mal gucken. Ja, du bist ruhig. Hm. Kann ich die Monddrehen in den Haaren? Okay. Dann gehen wir noch mal zu Emil nach Hause. Würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir nicht zu lang dauern. Oh, so die Emil-Folge. Vielleicht kann ich gleich alles schaffen von Emil. Das wäre ganz cool. So. So, um zu Emil zu kommen. Ich muss schon irgendwo zum Wasserrohr springen. Ich glaube, hier vorne war es. Da ist der große Platz. Da ist die komische Brücke. Und hier ist das Rohr. Ich weiß, wie lange die Aufnahme sein wird. Ich kann sehr viel zusammenschneiden. Okay. Ich will noch runter zu Emil sein Haus kommen. Ich werde vielleicht nicht alles schaffen von Emil. Wir müssen mal gucken. Ja, ich werde es schon cool, wenn ich alles schaffen würde. So. Das geht wirklich weiterwärts. In Level 40 sind die. Okay. Sollte ich hier ein Ding bekämpfen? Oder einfach... Das möchte ich noch hier, ne? Damit bräuchte ich echt Erfahrungspunkte. Denn der bevorstehende Kampf wird sehr schwer. Ja. Ach, ein Shortcut. Stimmt. Da müssen wir erst noch ein bisschen unten rennen. Sag mal so, wenn ich mich nur noch unten bewegen will... Ach, der sowas ja. Kann ich auch bekämpfen, ne? Dann würde es jetzt irgendwie Part 1 und dann irgendwie Part 2 losgehen. So, die Vorstellung. Ich hoffe, ich kann wirklich nur das ein oder andere Level abnehmen. Auf jeden Fall bräuchte ich noch ein paar Objekte. Das ist der Grund, warum ich meine Waffe verpassen wollte. Ich werde der nächste Kampf Team Schott sehen können. So. Ja, Pärtskumpel. Oh. Oh. Mit den vierten scheinen diesem Glück nicht so viel aus. Heute, Platte und alles Mögliche. Ein bisschen looten. Dann vielleicht kann man das ein oder andere noch verbessern unterwegs. So. Oh, ich habe so ein Axträuber. Naja. Ich sollte bald da sein. Den hätten wir erledigt. Ich dachte, die sind hier stärker hier unten. Als nur den 40, aber. Oh. Den würde ich gerne loswerden. Oh. Stufe 53. Sehr gut. Er schießt noch einmal. Bilden und mitnehmen. Ja. Ja. Den hätten wir. Ich würde gerne noch mitnehmen was ihr tuen habt. Es ist sehr dunkel. Ich glaube man wird nicht viel sehen. Ich sehe aber selber nicht viel. Also wie gesagt der Shortcut. Der nicht immer funktioniert komischerweise. Also ich halte es mal in der Vorstellung zu war. Jetzt heißt es mal der Weg zwischen links und rechts aber ist ziemlich egal. Bergen. Das sind wirklich gute Sachen. Da liegen sehr viele an soiden Körper. Aber das ist ein gewissen Grund. Den ich zwar jetzt noch nie machen werde aber es ist ein guter Grund warum die alle hier liegen. Ich würde gerne alle mitnehmen. Denn da hinten gibt es einen Battle optional. Ich weiß nicht genau wie ich den Schwäger. Ach du Scheiße wiegt da viel. Das Geld ist wenn ich da aber zu schwach bin. Ich bin da Erfahrungspunkt dafür oder? Sieht nicht aus. Will ich die wirklich alle bergen? Es ist verlockend aber ich sollte es nicht tun. Auch wenn ich wirklich gerne alles hier looten würde. Ach verdammt. Wenn ich nur das Objekt mitnehmen. Es sind eine Menge Leute gestorben. Kupferherz. Ich kann es einfach nicht mitnehmen. Na gut. Ach. Ist das was wir looten? Wenn ich jetzt die Körper dort weg dann kann ich es mitnehmen. Es geht einfach nicht. Okay jetzt aber. Wo braucht man den Griff? Ich werde die danach alle looten glaube ich. Wenn ich mein Mensch mit dem Pod beendet habe. So jetzt aber. Silberherz. Hypothesis. This is the residence of the inscrutable life form known as Anil. Alert. Theft of physical objects may disturb the resident. Ah. So entwickelt sich das. Dass hier die E-Mobile kommt. Das ist so cool. Und hier wohnt er. Und das ist wirklich tief. Okay. Guuuut. Dann muss ich auch sagen bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir das da. Es kann sein dass ich sterbe dabei. Okay dann. Ciao.